Moin sind ihr Füchser da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part haben wir diesen Mann aus der Gefecht gesetzt, der so ein bisschen crazy drauf war. Guck mal was hat er denn? Oh, hat Schuhe, die schlechter sind als unsere aktuellen. Ein Gefahrendetektor. Markiert automatisch Gegner, die dich entdeckt haben. Nice. Schrotflinte und leb wohl. Lesen. Tamara, ich versuche schon die ganze Zeit dich zu erreichen, seit die mich geschnappt haben. Ich weiß, dass du nach mir suchst und bestimmt findest du mich früher oder später, aber ich weiß nicht, wie ich es dir leichter machen soll. Ich glaube nicht, dass ich es ins Netz schaffe. Hätte dir zuhören sollen, als du mir mehr darüber erklären wolltest, aber jetzt bin ich im Arsch. Ehrlich gesagt glaube ich eh nicht, dass du mich noch wieder kennen würdest. Ich kenne mich selbst kaum. Sollte mir einfach eine Knarre in den Mund stecken und diesem Albtraum ein Ende bereiten. Ich bin ein Monster jetzt. Scheiße. Die Gang will mich bestimmt auch nicht mehr haben. Außerdem zieh mir einen Sack über den Kopf. Ich habe so riesige Schaufelhände und abstoßende rote Augen. Ich denke die ganze Zeit an deinen Kumpel, an deine Kumpel, die mich immer von dir schlecht geredet haben. Die gesagt haben, du sollst dich nicht mit einem Valentino einlassen, weil er dich eh bloß für wen anders verlässt und spurlos verschwindet. Die werden sich jetzt alle auf die Schulter klopfen und ich habe es dir gesagt rufen, aber das stimmt alles überhaupt nicht. Das macht mich völlig, das macht alles völlig low cost. So, als würde mein Schädel gleich explodieren. Der Druck steigt und steigt und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn es zu viel wird. Dann kommt der Blaufuchs rum und muss dir leider ein Ende bereiten. Schicke Regina eine Nachricht über die Cyber-Psycho-Attacke unter der Erde. Er lebt auf jeden Fall noch. Die sind nicht tot, wenn man sie in Anführungszeichen umbringt. Okay, Regina Jones. Nachrichten öffnen. Unser Junge war Valentino, nicht Maelstrom. Hat sich wohl Feinde bei den Borgfressen gemacht und die dachten sich, sie feiern dieses Jahr etwas früher Bescherung. Haben ihn wie ein Sünd-Weihnachtsgans mit Implantaten vollgestopft und dann nur gewartet und zugeguckt, wie er durchdreht. Würde mit jedem passieren, der so schnell gechippt wird. Der Körper hatte nicht genug Zeit, um sich an die Cyberware anzupassen und er wurde zu einem Psycho. Zum Glück hatte er noch etwas Kontrolle über sich, so konnte ich ihn still ausschalten. Holy shit. Sieht aus, als ob unsere Jungen sich nicht mal reizen musste. Vor einer Weile hat Maelstrom verbreitet, dass sich Freiwillige für den Test von neuer Cyberware suchen. Hat sich natürlich niemand gemeldet, also haben die Borgfressen einfach Leute von der Straße aufgesammelt. Die Valentinos haben schon eine Weile nach einem Jungen gesucht. Nicht zu vergessen, der Runner, der seine Datenfühler im Netz ausgestreckt hat, um ihn zu finden. Jedenfalls muss er sich irgendwann befreit und um sein Leben gekämpft haben. Und die Maelstromer haben das Ergebnis ihrer Forschung am eigenen Leib erfahren. Mit der Aktion haben sie sich prächtig selbst in den Arsch gefickt. Echt gut, dass du den Kleinen ruhigstellen konntest. Er ist noch jung. Mit der richtigen Hilfe kann er lernen, mit seinem neuen Zustand umzugehen. Wir bringen die also offensichtlich nicht um. Wir beruhigen die nur. Ist doch schön. Okay, Mission abgeschlossen. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Was sagen wir, sind doch hier noch nicht durch. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ein paar Euro, Dollar gehen immer. Munition wird, glaube ich, langsam knapp. Der hat gerade einiges an Kugeln eingesteckt, der Junge. Typ mit dem Schwanzproblem. Ja, geil. Ich bin's. Der Typ mit, äh, du weißt schon. Ja. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Äh, ja genau. Wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Geht's dir denn gut? Und? Äh, konnten sie dein, äh, dein Teil, äh, du weißt schon, äh, retten? So gut sie konnten und, äh, wenigstens sind die Schmerzen weg. Egal. Sobald alles verheilt ist, besorg ich mir ein besseres Modell. Achte auf die Garantie. Mal ehrlich, warum? Ne, achte auf die Garantie. Mhm. Aber, achte diesmal auf die Garantie. Haha, mach ich. Pass auf dich auf. Mann, mit dem Schwanzproblem. So, das war wirklich witzig. Was ist hier los? Todesursache Schock und Blutverlust durch mehrere Fleischwunden. Okay. Gleiches Problem. Ist komplett durchgedreht, der Junge. So. Okay. Dann sind wir jetzt hier, glaube ich, erstmal durch. Guck mal hier noch in diesen... Hier rein, das sieht man, sonst ist mal verdächtig hier. Ist aber nur Heilung. Okay. So. Dann würde ich sagen, raus hier. Und geschaut, was wir als nächstes machen. Wir können bei den Bullen jetzt nochmal vorbeigucken und fragen, ob es ihm gut geht. Bisschen Zeit ist ja vergangen, ne? Ich bin ja extra zum Friedhof gefahren. Und habe dadurch eine weitere Gesprächsoption freigeschaltet, die ich dann ja nicht benutzt habe, wenn ihr euch noch erinnert. Total Banane mal wieder. Alter, was geht denn hier ab? Okay. Okay, nix wie weg hier. Ist mir zu gruselig. Ich möchte hier nicht länger verweilen. Okay. Machen wir mal die Map auf. Ich guck mal, was hier sonst noch so ist. Hier können wir nur ein Fahrzeug kaufen. Was ist das? Kleptomanie. Hier sollst du etwas für einen Auftraggeber stehlen. Ja, hier müssen wir nochmal was stehlen. Was haben wir hier? Unentdeckt. Wer weiß, was hier auf dich wartet und ist ein Mittel. Alter, hier ist einiges noch los. Vieles davon sind halt Fahrzeuge. Wäre irgendwie cool, wenn man das ausschalten könnte, aber das interessiert mich halt echt überhaupt nicht. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, hoch. Was haben wir hier noch? Auch sehr hoch, sehr hoch. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt doch. Eine Nebenmission Mittel haben wir hier noch. Die Biest in mir, Stadtzentrum. Vergib dich zum Rennen. Ja, das Rennen haben wir ja auch noch. Was ist hier nicht los? Sehr hoch, hoch. Geform Mittel. Ich würde sagen, wir machen wieder Main Quest, oder? Vergib dich zum Kampf im Kapuki. Wir können natürlich auch mal die Kämpfe machen. Oh, keinen Bock auf Kämpfen. Kämpfe ist von Lame. Kleidung. Hier kannst du Kleidung kaufen. Was ist hier noch? Ein Auto. Okay. Ne, komm, wir machen jetzt Main Mission. Journal. The Biest in mir. Was ist denn das? Das mit den Graffitis. The Biest in mir. Happy Together. Sie nach Barry. Barry! Komm, wir gucken nach Barry. Lasst uns eben noch nach Barry gucken und dann geht's los. Wir haben zwei Vorteilspunkte erreicht. Voll nice. Techfähigkeit ein bisschen höher wäre schon nicht verkehrt, Alter. So auf sieben wäre schon cool. Kampfmaschine ist halt aber auch wichtig, ne? Alle Gegner entdecken dich im Stealth. Weniger Schaden mit Monodrähten wird erhöht. Kritische Schaden wird erhöht. Schaden mit... Schaden mit... Schaden mit Nahkampfwaffen. Es fällt mir nicht so einfach, muss ich echt sagen. Ich würde sagen, wir gehen... Einmal nochmal auf Konstitution. Einmal auf Reflexe. Erstmal. Oder erstmal nur auf Reflexe. Es ist nicht so leicht. Es ist nicht so leicht. Ach, ich... Ich isio, wir haben Vorteilspunkte. Denkt der Fuchs die ganze Zeit nach? Erhöht den Angriff mit Klingenwaffen 20% mehr Tempo. Wir können auf jeden Fall mal Klingenwaffen ein bisschen erhöhen. Bringert die Aussauerkosten für alle Angriffe mit Klingenwaffen um 50% erstmal erhöhen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Klingen. Tatsächlich. So. Und dann sehen wir jetzt erstmal nach Barry. Komm, auf geht's. Ja, Bock zu wissen, wie es Barry geht. Barry! Dann müssen wir mal diese Mantis-Klinge uns irgendwann organisieren. Hier gibt es beim Ripper Dog, aber ich glaube, wir sind cool. Wer hätte das gedacht? Was denn? Wer hätte was gedacht? Wie redet einfach wirre. Ist in Ordnung. Er redet manchmal mit sich selber. Muss man auch mal machen. Und nachdem wir Barry besucht haben, machen wir wieder Main Quest. Dann gehen wir erstmal zum Tempel. Ich habe das Gefühl, es wird Zeit, da mal aufzutauchen. Vorher geht es, glaube ich, nicht weiter mit den coolen Nächsten neben Quest. Vorsicht! Also Klau-Mission und sowas, das muss jetzt nicht unbedingt. Das kann man natürlich auch noch machen, aber jetzt erstmal gerne ein bisschen Story. Hier I'm rum, hier I'm rum. Da habe ich mal leicht was gestriffen. Wenn ihr euch mal fragt, warum ich so beschissen fahre, oft liegt es halt daran, weil ich die ganze Zeit auf den Minimap starren muss. muss gucken, ob ich irgendwo abbiegen muss. Jetzt momentan meint es das Game, ich muss sonst irgendwo lang. Jetzt ist es wieder normal. Muss man nicht verstehen. Oh, vorsichtig. Ah, läuft. Alles im Griff. Der Fuchs hat alles im Griff. Oh, ja. Hier rum. Oh, dann sind wir doch gleich zu Hause. Bei Barry. Au. Oh, scheiße. Ich nehme ja auch wieder alles mit, was geht. So, erstmal anhalten hier. Komm, auf. Genug Auto gefahren. Gucken, wie's Barry geht. Bitch. Okay. Du, jeder kann sich gleich wieder marken, ne? Achso. Reden wir jetzt mal über gestern? Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101. Berichte von Augenzeugen weisen auf Konflikte zwischen den Clans hin. Angriffe auf Außenstehende liegen hingegen im Durchschnittsbereich. Allerdings hat das NCPD als besondere Vorsichtsmaßnahme den Bedrohungsstufe auf 2 angehoben und rett einreisenden Nebenstraßen zu meiden. Wir hypen sie über neue Entwicklungen der Lager auf dem Laufenden. Das ist nett. So, mal gucken, wie's Barry geht, wa? Das soll Gott mal machen. Ich muss mir eben die Dinger einsammeln, weil die liegen immer rum und leuchten und machen mich wahnsinnig. So. Scheiße. Es ist zu spät. Er kann dich nicht hören. Deine... ...ineine waren in Ordnung, Barry. Du warst der härteste Hurensohn, den ich kannte. Es tut mir leid, Barry. Tut mir so leid. Okay. Fuck. Was soll das? Zurück! Das ist doch gut. Ich wollte doch nur... Scheiße. Weil wir die falsche Gesprächsoption gewählt haben, ja? Ist Barry jetzt tot. Er hätte überleben können. Und ich bin extra rausgefahren zum Friedhof, um es rauszufinden. Und habe dann die falsche Gesprächsoption gewählt. Und jetzt ist Barry tot. Und ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Krass. Wow. Das ist ja mal richtig scheiße gelaufen. Wow. Okay. Ich würde sagen... Nächste Quest. Triff dich mit Takemuro. Begib dich zur Kapelle. Sprich mit Rogue. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Kapelle, oder was? Ich will jetzt... Naja, komm. Wir treffen uns jetzt nochmal mit Takemura. Oder doch zur Kapelle? Gehen wir zur Kapelle. Ich will jetzt wissen, was bei der Kapelle abgeht. Scheiße. Was soll das? Das ist jetzt mal aber richtig scheiße gelaufen. Wow. Krass. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Vor allem, weil ich mir ja die Mühe gemacht habe, extra rauszufahren. Ich habe ja nur aus Versehen den falschen Gesprächs... Falsche Gesprächsoption gewählt. Und jetzt ist Barry tot. Tja. Erstmal Werbefernsehen sehen. Das würde mich ablenken. Real Water. What? In Bronco steckt, was Pflanzen schmeckt. Milfguard. Und auch echt unzensierte Titten. Ich glaube es ja wohl nicht. Also die Zukunft ist einfach nur komplett voll mit Sex. Mehr ist das nicht mehr. Es ist nur noch Sex. Nur noch Sex. Oh. So ein paar Grafikfehler haben wir hier. Alles gut. So, wir brauchen ein gemütliches Auto. Irgendwas kleines, lustiges. Hätte ich gerne diese Rumsmumel hier wieder. Die sieht lustig aus. Darf ich mir dein Auto leihen? Bitte? Du kannst das andere haben. Das ist teurer und größer. So, let's go. Auch zur Kapelle. Schauen wir mal. Wenn wir das dann durch haben. Wir machen nur ein paar Main-Quests. Where are the Main-Quests? Where are the Main-Quests? Und wenn wir ein paar Main-Quests hinter uns haben, sollten wir mal wieder bei einem Ripper-Dog vorbeischauen, oder? Es gibt ja auch verschiedene, die verschiedene Dinge im Angebot haben. Wir brauchen eigentlich irgendwas, was Handfeuer-Waffen erhöht, weil wir das primär aktuell nutzen. Wir brauchen irgendwas, was uns resistenter macht, wenn es geht, natürlich. Das wäre noch nice. Hey, wie? Ich habe gute Neuigkeiten. Oh, ein Auto. Ernsthaft? Dafür habe ich jetzt einen Crash gebaut. Oh, und noch einen. Also, dass diese Autos als normale Quests auftauchen, ist ein bisschen nervig, ne? Also, jetzt mal ernsthaft. Da wären ein paar Filter gut, um das Überblick über diese Open-World-Map zu kriegen, die voll gestoppt ist mit Zeug. Nicht so schlimm wie manch Assassin's Creed-Game. Oh. Aber schon schlimm. Lüft ihr immer bitte vorbei. Walk. Walk. Danke. Ich weiß nicht, ob das Flimmern der Anzeigentafeln, ob das ein Bug ist oder ob das absichtlich so sein soll, dass die halt im Gang flimmern, weil halt, ne? Soll so. Ich will mir da inzwischen gar nicht mehr so sicher. Ich mach eben durch hier bitte. Dankeschön. Wir müssen... Ach, das ist wieder so eine kleine Rumps-Moment in Gründen. Ich bin ja Fan von dem Ding, ne? Also, dieses ganz kleine Mini-Auto, das ist witzig. So, gleich sehen wir doch. Vorsichtig! Er schlingert jetzt so ein bisschen. Hast du getrunken oder was? Leicht am Schlingern, der Junge. Geht einmal dran vorbei. Oh. Und die Framerates sagen einfach nur so, weißt du, geht so. Aber immerhin, toi, 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 das Game ist bei mir zumindest noch nie abgestürzt. Immerhin. Du hast doch schon den ein oder anderen lustigen Bagger. Aber sonst, es sieht halt schon okay aus auf dem PC. Da kannst du echt nicht meckern. Aber so, man muss sagen, inzwischen sind echt diepe Probleme, falls haben sich rauskristallisiert, wo jetzt vieles schon durch haben. Und da hat sich dann doch gezeigt, es gibt ein paar Schwächen. Also, primär das Polizeisystem ist eine Vollkatastrophe. Das Crafting ist eine Vollkatastrophe. Das Item-System mit den Klamotten finde ich eine Vollkatastrophe. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ich sehe ja aus wie so ein Bekloppter, weil... Aber das ist ja nichts, was man nicht patchen kann, sag ich mal, ne? Sind wir das erste Mal in Chaos View? Ich glaube schon, oder? Jetzt wirkst du edel hier. Viele der Dinge lassen sich patchen, aber ich glaube, die NPCs zum Beispiel, dass die sich vernünftig behalten und nicht aussehen wie eine Horde Leute, die gerade versuchen, auf Google Maps einen Ort zu finden. Das wird, glaube ich, nicht mehr patchbar sein. So, ich parke dann mal hier. Where the main dish? Where the main dish? Sind das Feinde, oder warum haben die so... Moin? So, wir müssen jetzt dahin und dann passiert da gleich was. Die Problematik ist, dass die Folge gleich vor... Hallo? Wobei ist... Alles gut, oder was? Woher wollen sie? Das weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich da rüber, zu dieser Tür. Und du? Stehst du hier rum und chillst dir die Nuggets? Keine Ahnung, Alter. Ja, wir genießen jetzt noch kurz die Atmo, weil die Folge in 14 Sekunden zu Ende ist und es lohnt sich jetzt nicht, mit der nächsten dicken Story anzufangen. Wenn gleich Schluss ist. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach schon ein bisschen vorher, ein bisschen entspannt, ganz gemütlich, langsam leiten wir die Verlassung für die heutige Folge ein. Da ist es auch schon. Aha, ist doch gut, ist doch gut. Ich drücke dich mal weg. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei der Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne, auf der Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und gehen zur Kapelle. Bis dahin euch viel Schluss beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin euch viel Schluss.